Was willst du eigentlich werden, wenn du groß bist? Dann werde ich Influencer und habe ganz viele Follower. Das heißt doch anders. Nee. Wohl. Nee. Na klar, denkst du, ich lüge? Lügen darf man nicht sagen. Wohl. Nee. Das heißt Follower. Ich meine ja das neue Duschgel von Follower. Ha, das gibt's doch gar nicht. Wohl. Nee. Kennen Sie das auch? Sie haben einen Account und keiner guckt zu? Wir haben die Lösung. Benutzen Sie unser neues Duschgel von Follower. Auch berühmte Influencer sind überzeugt von dem neuen Duschgel von Follower. Hallo, lieben Leute. Hier ist wieder euer Nadeen. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Das neue Follower Duschgel. Seitdem ich den benutze, haben sich meine Follower verdoppelt. Wow, oder? Bis dann. Euer Nadeen. Das neue Duschgel von Follower. Ha, genial! Und ich hab's erfunden. Doktessor, könnten Sie ein kleines Stückchen zur Seite gehen? So. Ja, noch ein kleines bisschen. Noch ein Stück. Follower Duschgel. Dann klappt's auch mit den Followern. Doktessor! Und damit es auch hier mit den Followern klappt, können Sie jetzt diesen Kanal hier abonnieren. Und auch zwei andere super tolle Videos sehen. Denn der Gnichel kann sich so ein teures Duschgel nicht leisten. Nur wegen von Followern. Untertitelung des ZDF, 2020